Das erste Mal das Kleingee. Denn ihr habt heute Glühwein getrunken, dann gab es 70 Euro Spender für diese Skulpturen, dann gab es ja Büxen, die wir ausgestellten hatten, da wurde auch Geld reingetan. Das sind dann die Scheine. Ja, ein oder andere ist dabei. Und dann gibt es eine Übergabe-Urkunde oder eine Spende-Urkunde. Und wir haben insgesamt 499 Euro. Und ich gehe gleich zum Auto, und wenn wir fertig sind, dann hole ich einen Euro dazu, dann gibt es 500, okay? So ist er.